Wobei ich noch keinen Bock auf Singleplayer habe. Ich will weiterreden. Tut mir leid, ich muss ein bisschen Co-op weitermachen. Ich bin noch nicht so auf Singleplayer bedacht. Tut mir leid. Oh, ausgehört. Das ist zu langweilig. Das sind zu einfache Missionen. Denkt ihr, wir schaffen es? Auf Autsch? Ja, also kriegen wir hin, oder? Alter, die Blumen sollten wir hinkriegen. Komm, wir sind keine Versage, Leute. Wir sind keine Noobs. Nehme ich Gwendoline mit? Ne, ich nehme Azelie mit. Ach, Gwendoline. Ähm, Quincy, ich nehme Azelie mit. So, Leute. Ich werde den Code euch in den Chat posten. Der letzte Buchstabe fehlt. Viel Spaß beim Joinen. Magst du Bananen? Ich liebe Bananen. Wie kann man was spenden? Unten, äh, unter dem Chat ist ein Dollarzeichen. Alternativ über eine Mitgliedschaft, die du auf meinem Kanal findest. Na, wenn du auf meinem Kanal aufrufst, gibt es dort den Button Mitglied werden. Warum sollte man hacken? Das ist eine gute Frage, Leadpoo. Ähm, haben einfach kleine, kleine Penisse, die kleinen Cheater. Ja, Harald, du hast euch gefühlt. Ich hab, ich hab Anfänger-Mission gespielt. Das war mein Fehler gewesen. Hick, Hero und One Juliet. Herzlich willkommen. Das war übrigens ein C gewesen. Der Buchstabe, der G fehlt hat. Du wolltest Chimps machen? Ich wollte erst einmal, ähm, Co-op, äh, Single Player machen und dann Chimps. Aber da ich derzeit, derzeit noch anderes zu bereden habe, äh, ich bin derzeit gerade nicht danach tatsächlich. Was leh ich da? Du bist Vater. Ich war Vater für vier Tage, Lukas. Der Fünfjährige hat bei mir übernachtet. Was die meisten Leute auch wissen, die im letzten Stream dabei waren. Ähm, ja. Aber er wurde abgeholt wieder. Und jetzt bin ich wieder, ähm, Alone, Alone und ich kann streamen. Hab grad auf Level 123 erreicht. Top, nice, Phil. Hey, Matthias? 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 Ah, ich wusste mal, wie man es ausspricht. Irgendwann mal. H, bewege, weil es immer mit einem anderen Spiel. Wie spende ich dir was sage? Habe ich noch gerade beantwortet. Entweder du gehst unter dem Chat auf das Dollarzeichen und gern spendest dort. Oh, ich hab noch Essilie, Moment. Hm, passt noch nicht dahin, oder? Oder? Doch, wunderbar. Na, ich kann drei Strecken abdecken. Sehr nice. Ähm, oder du gehst auf meinen Kanal und da gibt es den Button Mitglied werden. Da kannst du monatlich einen Geldbetrag zahlen. Und bist Mitglied. Was ist dein Lieblings-Tier? Äh, Katze und Hund. Moin, Profi-Spieler. Ich geh jetzt wieder, wenn man in den Korb reinkommt. Die weniger Leute da sind, desto höher ist die Chance für andere, oder? So sieht das aus. Das ist eine gute Position auf jeden Fall. P4, ja, ist auch eine sehr gute Position. Wir werden hier mal einen... Ich hätte mir das mal ganz was sichern. Huch, wer braucht das? P1, P2, P3. Na gut. Karl! Hä, hat mir das nicht funktioniert, obwohl ich zähl gedrückt hab? Da war das schon voll gewesen, Adrian. Zähl wird nur langsam langweilig, wieso? Sehr vorbildlich, P3, sehr vorbildlich. Vielen Dank. Machst du das Wasser weg? Nö, wir bleiben drauf. Ich finde, einen Plutonium-Reaktor hier in die Mitte zu platzieren, ist einfach unglaublich wichtig. Unglaublich wertvoll. Nein, ich hatte das Ziel und kam in anderen Runden und nicht in deinem. Das ist ja komisch. Pfff. Hi Leonard. Was guckst du da für ein Anime? Ich gucke Naruto. Wolltest du nicht den Single-Player und dann Chips machen? Wie ich gerade schon sagte. Ich habe gerade keine Lust auf Single-Player, weil ich noch genügend zu bereden habe. Wollt man langsam mal irgendwie was gegen Thumblons machen. Wie wäre es denn, wenn ihr sie mal aufrüsten würdet? Alle am Pennen. Habe ich auch. Macht nichts. Ich habe zwar keine Ahnung, wie er hat 1200 Dollar Spende, wahrscheinlich für Adora war. Er hat auch eigentlich auch. Er hat natürlich Adora. Aber muss man nicht unbedingt setzen. Weil Adora super sinnvoll ist. Er hat die Blumenrunden. Autsch Chips, bitte. Wie soll man das schaffen? Ja, gute Frage. Kann man es sicherlich schon schaffen. Aber dafür muss man unglaublich viel Zeit investieren. Wie lebe ich schnell aufs Aufrufezeichen? Erfahrung in den Chat schreiben Snoke. Fängt das Car wieder? Ne. War ein Dragonstone. Ich habe noch nie mitgespielt. Ja. So viele andere auch noch. Du kommst bitte hier 6 an Ostern. Viel Spaß. Kann ich machen Niko. Weil ich kann den Code einfach noch offen lassen. Egal was ich mache. Es wird sich immer Leute geben, die sich beschweren. Das ist aber hoher Delay, oder? Ja. Es wird sich. Welche Verfahren hast du beim Ninja? 12,3 Millionen Erfahrung. Beim U-Boot sind wir schon bei 15,1 Millionen Erfahrung. Ja. Wir werden das definitiv verlieren, oder? Wenn wir das verlieren, Leute? Mal schauen. Man sollte erst Naruto schauen, dann erst Naruto Shippen. Ne, ist ja logisch, oder? Shippen ist ja auch die Fortsetzung. Warum sollte man erst mit Teil 3 anfangen? Zum Beispiel wenn es halt 2 und 1 aufbaut darauf. Und man das Feuer noch nicht gesehen hat. Das ist irgendwie unlogisch. Ich habe mein Schimpens gespielt, muss er dann aus Schimpens rausgehen, habe um nächster weiter und habe den Goldenen bekommen. Ja. Ausgutzeichen Rahmen. Wie ich es euch immer sage. Haben wir eigentlich einen Benjamin? Ich wollte gerade sagen. Haben wir eigentlich einen? Ah, da haben wir P3 hat einen. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall unser Leben zurück. Haben wir jetzt alle hin? 1, 2, 3, 4, haben wir wunderbar. Muss jetzt Hausaufgaben machen. Ciao, Horin. Viel Spaß dabei. Ich bin sehr schlecht in BD6. Also wenn ich mit Korb bin, könnte ich dann etwas falsch machen. Das ist selbstverständlich. Lachflasche wegen dem K. Schön, dass ich dich unterhalten kann. Du darfst niemals beruht und schauen. Okay, verspreche es mir. Nö, tue ich nicht. Verspreche es dir nicht. Ich werde es mir angucken irgendwann. Wenn ich in 10 Jahren Naruto Shippuden durch habe, werde ich es mir vielleicht mal angucken. bereit sein. Los geht es dir nicht. Los geht es dir nicht. Ohohohohoho. Ähm, ja P2 hat unseren Arsch gerettet würde ich mal sagen. Warum gibst du mir das Geld? Bist du noch nicht fertig damit? Was war das gerade gewesen, dass er so viel Leben hatte? War das ein normaler? Oder war es ein Bär? Da war ein Bär gewesen. Kannst du mir erklären warum du so cool bist und warum ich dich so feiere? Keine Ahnung Harald. Vielleicht weil ich einfach echt bin. Kann man nur einen Koop 4 T5 Affen setzen? Ja, wird sicherlich schon möglich sein. Doch mal wegen dem Level. Ich meine nicht die Türme, sondern ein Level, sondern mehr Erfahrung für die Affen. Das ist Punkt. Auslösungszeichen Erfahrung. Das ist exakt das gleiche, das gleiche Vorgehen. Du kriegst, je nachdem wie du Blumst zerstörst immer noch Erfahrung. Und je höher die Level sind, desto mehr Erfahrung kriegst du natürlich. Sollte irgendwie logisch sein, ne? Wenn ich schon sage, auslösungszeichen Erfahrung, da wird das schon identisch sein. Aber gut, ja. Probier's mal. Boruto muss man gucken, wenn man Naruto geschaut hat. Das ist ja leider die Fortsetzung. Ja, nicht hier gleich so negativ, ne? Lasst mal Leute, entspannt euch mal. Hast du nun mal jetzt schon mal an mir geschaut? Ich weiß ja nicht, ob das mal ein Stream ist. Ich habe eine mehr geschaut, die mir gefällt. Wieso heißt das Video so? Das ist ein Stream. Und das heißt so, weil ich vier Tage lang auf den Film-Virägen aufgepasst habe, auf die ich damals aufgerechnet habe. Das glaube ich 2000 Mal oder so sagen in den Videos. Ich entschuldige mich jetzt schon mal viele Leute, die die Videos hintereinander anschauen und eigentlich immer wieder dasselbe hören. Das war close gewesen. Auch sehr gut vom P2. Und das habe ich halt dabei. I jamben, Boy. Welches Affen finden, findest du am besten ausutzutzeichen Affenwissen oder auch so zu wissen, ich weiß gar nicht genau. Dort habt ihr ein Video, welches Affenwissen ihr unbedingt skilln sollte, was super, super wichtig ist. verständlicher verständnis dass dadurch alle was ich hasse diese mission macht aber nicht go entspanne ich doch mal hey dark dragon mein mathelehrer hat uns 48 den a4 seiten aufgegeben die war nach den fett die wir nach den ferien fertig haben sondern aber ich habe prioritäten also ich muss tatsächlich gestehen ich bin mitleute euch nicht die die jetzt von zu hause arbeiten muss aber nicht kacke ich habe das mit maus folgen gemacht ist natürlich schwachsinn das hatte ich unseren der verschwindung aber natürlich verfolgen habe ich kein bock dass ich habe was war das denn er bin doof gewesen ich bin zu privat auch btl 6 oder nur ganz schön ich habe jetzt angefangen vorgestern aber er aus der not heraus dass ich keine videos aufnehmen konnte weil ich einfach leise sein wollte während er schlief dass ich abends oder halt zwischendurch in meinem disco server codes geschrieben habe von koop missionen von leichten missionen also alles was leicht ist leicht luft ablassen nur primär das sind so missionen wo ich mir denke okay die brauchen wir nicht im stream machen da habe ich keinen bock drauf das dauert alles zu lange und die werden wir off stream spielen das ist eher das was wir außerhalb des streams spielen werden ansonsten spiele ich btl 6 nur während des streams moin über king joel donna parox game master haben ehre oder interessanter großer name jonas als die titel gelesen habe dachte ich mir schon dass du nur aufgepasst hast und ich kenne dich erst seit zwei monaten mehr mein eigenes kind habe ich leider noch nicht aber sollte es tatsächlich so kommen könnt ihr sicher sein dass ich mit youtube fast aufhören werde ich habe ich die tage nichts machen können und auch nichts machen wollen dafür es ändert sich vielleicht wenn es anders war wenn das kind halt weil es ist eine routine vielleicht eingespielt hat und ich nicht alleine für ihn zuständig bin oder für sie aber aus jetziger sicht würde ich einfach sagen youtube ist der geschichte wir gucken mal der zweite steht hier unten ich habe ein freund der dich auch gerne guckt kannst du sagen grüße gehen raus an harald hab ich getan was du warst weiter und jungs weiß ja nicht noch nicht wirklich bock drauf was ist der beste stufe fünf affe 1 555 sonnentempel keine ahnung ist doch völlig egal du kannst es nicht beeinflussen wenn du kriegst du ins darf nicht na das ist völlig egal was ich sage weil du kannst du kannst mit der information nichts anfangen ich werde doch also ich sage nur deswegen weil die pokale die man bekommt sicherlich später von nutzen sein werden für exklusive dinge die man damit pokal bekommen kann ab und zu spiele ich aber eigentlich das finde ich total langweilig Was ist für dich der beste affe das u-boot Wie viele insta haben das so viel zu viele wie sicherlich 300 stück oder vier nach sicherlich oder für nur mehr weiß ich gar nicht genau ja mal gucken ich habe noch 4000 dollar Ich kann doch mal ein totem reinsetzen Das hätten wir so geschafft Glauben wir zuschauen spiele ich gerade nick Hey Guitar Hero Hey Cengiz Ich bin ja auch ein bisschen dabei Hey Tim Wie kannst du das auf dem display streamen Ich spiele über steam Wie du siehst Und hier noch ein paar missionen ein paar achievements das habe ich demnächst vor voll die arbeit eines jahres Ja müssen wir gucken was ich hier demnächst mal ein bisschen absolviere von den ganzen Von den ganzen achievements P4 hat gerade für 20 toller 20.000 dollar etwas gebaut aber was Ach hier Roboaffen Hey Kurai Ne kenne ich nicht Jonas Hey Systemfehler Sollte ich mir einen Benjamin holen oder auf einen neuen Händen sparen und sonst habe ich halt nur Adora Tu was du möchtest Habt ihr eigentlich alle eigenen eigenen Kopf Leute Wofür ist eigentlich der Die wuchung auf euren schultern da Wenn ihr solche fragen stellen müsst Kannst du mir deinen hinsamen zeigen Kannst du mir deinen hinsamen zeigen So Skubismus und Stimme Sind zwei sehr sehr einfache Maps Die man auf Schimpfs Schaffen kann Hey Sebastian Welchen PC hast du aus? Du sagst ein PC glaube ich Warte komm mal gewesen Hey das Das ist Mini Du bist halt Experte Ach komm Ist ja nicht so dass ich einfach logisch nachdenke was ich mir kaufe Und vielleicht einfach mal was probiere Ja Aber das verstehen viele ja auch gar nicht Wollen sie auch gar nicht Welchen findest du persönlich am besten Benjamin Was bedeutet der Titel? Der Titel bedeutet dass ich vier Tage lang auf den 5-Jährigen aufgepasst habe Der bei mir übernachtet hat Der Gitter Hero Den den ich letztes Jahr betreut hatte Und der möchte ab und zu bei mir übernachten Und heute wurde er wieder abgeholt Gibt es andere OP-Taktiken außer Shinobi oder nur ihr? Ja Apache Prime ist auch sehr stark Nein 180 verloren Ich habe wie ihr seht 44.462 Dollar Ups Da haben wir 17.000 Dollar gespendet Was kann ich damit machen? Keine Spukgestalt bauen Definitiv nicht So was kann ich meinetwegen bauen Soll ich mir bitte hier direkt über Steam oder warten Dass es auf Instagram von knapp 7 Euro weniger wieder kommt Weiß ich nicht Ist es dein Geld? Weißt du wie völlig egal wie das ist Kaufst dir einfach irgendwo zu irgendeinem Preis Ist meinetwegen bezahlt auch 2.000 Euro dafür Das ist nicht mein Geld Ich kann darüber nicht entscheiden 30 Eier habe ich bekommen Das ist sehr sehr viel Bling Oh sogar ein grün Nice 1.00 Superaffen Sehr cool Und eine 002 Scharfschützenaffen Wir haben fast wieder den nächsten Wir sind tatsächlich bei 94 Wir sind ganz gut dabei Also haben wir ganz gut hier geraten Geschätzt Getippt Easy Genau Super easy Danke 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 Tschüss Vielen Dank Danke Bis zum nächsten Mal.